Nachdenkseiten Die kritische Website Trump und Biden auf der Wippschaukel Je tiefer T, desto höher B Ein Artikel von Albrecht Müller Zurzeit gibt es immer wieder gutes Anschauungsmaterial dafür, wie relevant und hilfreich es ist, die Methoden der Manipulation zu kennen. Wenn man zum Beispiel die Aufgabe des Wippschaukel-Effektes begriffen hat, dann versteht man besser, was zurzeit vorgeht. Je mehr der bisherige Präsident als Übeltäter erscheint und dargestellt wird, umso mehr erstrahlt das Lichtlein Biden. Dieses Erstrahlen hat dann sofort politische Konsequenzen, zum Beispiel der deutsche Außenminister rühmt den neuen Präsidenten und macht gleich noch einen Projektvorschlag. Transatlantischer New Deal. Ich habe den Wippschaukel-Effekt ähnlich schon einmal erlebt. Willy Brandt wurde in den 70ern des letzten Jahrhunderts schlecht gemacht, auch um Helmut Schmidt in strahlendem Licht erscheinen zu lassen. Die damaligen Vorgänge sind in meinem Buch »Glaube, wenig, hinterfrage, alles, denke, selbst« beschrieben. Die entsprechende Textpassage ist im Anhang angefügt. Ohne Zweifel ist der noch amtierende Präsident eine makabre Gestalt. Aber jetzt wird er von Politikern und Medien noch dunkler dargestellt und auch deshalb immer tiefer getaucht, weil damit unhinterfragt sein Gegenspieler hochgeschaukelt wird. Dabei wird zum Beispiel vergessen gemacht, dass Vizepräsident Biden noch mehr als Präsident Obama für das Führen von Kriegen eintrat. Es wird auch vergessen gemacht, dass Bidens Sohn in besonders lukrative Geschäfte in der Ukraine verwickelt war. Das kann man von dem Amt des Vaters nicht trennen. Wie erwähnt, ermöglicht die mit der Wippschaukel verbundene Verklärung im konkreten Fall schon den öffentlichkeitswirksamen Vorstoß unseres Bundesaußenministers. Zitat Und am 10.01.2021 erschien im Tagesspiegel ein Artikel mit dem Titel »Nach Sturm aufs Kapitol« Maas will mit USA einen sogenannten Marshallplan für Demokratie erarbeiten. Zitat »Auf Initiative des Außenministers entstand 2019 die sogenannte »Allianz für Multilateralismus« mit 60 Staaten. Nun bietet Maas den USA Hilfe im Kampf gegen Extremismus an.« Zitat Ende Der entsprechende Artikel ist an dieser Stelle verlinkt. »Wenn Sie sich mit den Kenntnissen der verschiedenen Methoden der Manipulation und einschlägigen Fällen vertraut machen, dann wird es Ihnen um vieles leichter fallen, das Geschehen zu durchschauen und einzuordnen. Deshalb weisen wir auf den Nachdenkseiten immer wieder auf die gängigen Manipulationsmethoden und auf einschlägige Fälle hin. Das ist sozusagen unsere Kernarbeit. Deshalb hier ein paar Ergänzungen zu den anderen Methoden. Erstens der Übertreibung. Markus Söder kennt diese eigentlich billige Methode und wendet sie an. Der bayerische Ministerpräsident vergleicht zum Beispiel die Gefahr des Coronavirus mit der Pest. Zweitens Angstmache. Das war typisch für das im Beitrag über das heute Journal vom 10. Januar erwähnte Interview mit dem Ministerpräsidenten von Thüringen. In dieser Stelle finden Sie den Beitrag verlinkt. Und drittens haltet den Dieb. Das ist eine Methode, der sich der bayerische Ministerpräsident unentwegend bedient. Er nutzt die bundespolitische Bühne immer wieder, um neue und härtere Maßnahmen zu fordern und überlagert damit auf gekonnte Weise die Tatsache, dass die Corona-Lage im vom ihm regierten Freistaat Bayern von Anfang an und immer wieder mit am schlechtesten bestellt war. Dort tauchten die ersten Fälle auf. Dort gab es trotzdem Starkbierfeste. In Bayern gab es gravierende Fehler beim Testen. Dennoch, Söder ist der Größte. Ohne die Mitwirkung der allermeisten Medien an den Söder-Feiern wäre diese Selbstdarstellung nicht möglich. Die Methode Haltet den Dieb war in meinem Buch noch nicht beschrieben. Sie wäre also der Liste der 17 analysierten Manipulationsmethoden hinzuzufügen. Und nun ein Auszug aus meinem Buch, das am 2. Oktober 2019 erschienen ist, mit dem Titel Glaube wenig – Hinterfrage, alles denke selbst. Kapitel 9 – Der Wippschaukeleffekt Der Begriff Wippschaukeleffekt klingt vermutlich fremd. In den Lehrbüchern kommt er nicht vor. Es fiel mir jedoch kein passenderer Begriff für die Manipulationsmethode ein, die hier zu skizzieren sein wird. US-Präsident Donald Trump ist schon eine besondere Figur. Er bedient sich übler Methoden und schlägt mit maßlosen Sprüchen um sich. Aber er ist bei vielen politischen Absichten und Taten, wie etwa bei der Neigung, Kriege zu führen, nicht schlimmer als seine Vorgänger Barack Obama und vor allem als George W. Bush oder auch Bill Clinton und auch nicht schlimmer als seine Gegenkandidatin von 2016, Hillary Clinton. Doch dank des permanent gegen den jetzigen Präsidenten erhobenen Zeigefingers wird das ohnehin vorhandene negative Bild weiter verschlimmert. Im Gegenzug erscheinen seine Vorgänger und seine Konkurrenten beim letzten Wahlkampf als vorteilhafte, tugendhafte Figuren. Die Demokraten um Obama und Clinton wirken geradezu als glanzvoll. Das Ergebnis des Wippschaukeleffektes. Ein ähnlicher Effekt tritt ein, wenn immer wieder und mit Recht die AfD und einzelne Politiker dieser Partei kritisiert und als undemokratisch bezeichnet werden. In der Kontrastierung mit den Rechten erscheinen die Kritiker als links- oder linksliberal, obwohl viele von ihnen das gar nicht sind. Einen erstaunlich schrägen Beleg für diesen Effekt konnte man am 1. August 2019 im Internetmedium Tichys Einblick finden. Da macht sich Gastautor Dr. Manfred Schwarz, früher einmal für die CDU und den Hamburger Senat tätig, Gedanken über Innenminister Horst Seehofers Reaktion auf den Tod eines sechsjährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof und Seehofers Zögern mit Kritik. Der Kommentator meint, Zitat, Zu groß ist seine Angst, vom linken medialen Mainstream unter Dauerbeschuss genommen zu werden, Zitat Ende. Da führt offensichtlich der Ruck nach rechts eines Beobachters des Geschehens dazu, dass er den wahren Standort des medialen Mainstream in Deutschland völlig verkennt. Linker medialer Mainstream in Deutschland. Das ist zum Lachen. Ein Beispiel aus früheren Zeiten. Zwischen den beiden Spitzenpolitikern Willy Brandt und Helmut Schmidt knirschte es oft. Schmidt hielt sich für fähiger, war konservativer als Brandt und schon deshalb bei der Mehrheit der Medien höher angesehen als Willy Brandt. Helmut Schmidt hat dieser besonderen Vorliebe nachgeholfen, indem er seinen Parteifreund Brandt häufig kritisierte und ihn von seiner Umgebung in Hintergrundgesprächen schlecht machen ließ. Der Effekt war erstaunlich. Je schlechter das Ansehen Willy Brandts wurde, umso mehr stieg die Bewunderung für Helmut Schmidt. Die Wirkung wurde dabei noch dadurch verstärkt, dass Menschen dazu neigen, sich nicht entscheiden zu wollen. Im konkreten Fall konnten sie den Sozialdemokraten Brandt und auch die SPD ablehnen und gleichzeitig den Sozialdemokraten Helmut Schmidt gut finden. Das führte am Ende zumindest im bürgerlichen Lager der Schmidt-Bewunderer zu der Aussage, Helmut Schmidt sei prima, aber er sei in der falschen Partei. Sachliche Gründe für diesen Whip-Schaukel-Effekt gab es nicht, eher umgekehrt. Aber die Methode funktionierte. Noch ein Beispiel. In den letzten Jahren begannen die etablierten Medien und ihre Vertreter, die heranwachsenden Medien im Internet kritisch bis herablassend zu beäugen. Diese Kritik und die damit eintretende negative Etikettierung wirkt ebenfalls nach dem Schaukel-Prinzip. Die etablierten Medien erscheinen als das Wahre. Sie erscheinen zugleich immer mehr als eine Einheit. Das Boulevardblatt Bild-Zeitung auf der einen Seite und zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung und die Zeit auf der anderen Seite wirken als einvernehmliche Gruppierung der wahren Medien. Das ist schon seltsam, vor allem dann, wenn man sich an die früheren großen Unterschiede und an die gegenseitige Kritik erinnert. Es gibt bei uns im Westen unter kritischen Mitbürgern seit Langem schon eine skeptische Debatte und kritische Analyse dessen, was allgemein Demokratie genannt wird. Demokratie gab es fast nie. Aber ich habe mal einen Blick auf die massive finanzielle Unterstützung des CDU-Kanzlers Konrad Adenauer und seiner Nachfolger, vor allem Helmut Kohl und etwas stiller Angela Merkel, durch die Wirtschaft formuliert. Die konservativen Parteien CDU, CSU und FDP hatten die Unterstützung des reichen Teils unserer Gesellschaft. Sie hatten immer sehr viel mehr Mittel, um ihre Wahlkämpfe zu finanzieren. Gleiche Wettbewerbsbedingungen und damit wirklich demokratische Verhältnisse gab es nie. Auch in anderen Ländern ist das nicht anders, zum Teil schlimmer. In den USA müssen Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten Hunderte von Millionen Dollar heranschaffen, um kandidieren zu können. Diese Art von Kandidatenauswahl kann man nicht demokratisch nennen. In Frankreich taucht ein Präsidentschaftskandidat wie Emmanuel Macron aus dem Nichts auf. Offenbar ausgesucht und gesteuert. Das große Geld spielt in allen solchen sogenannten Demokratien eine große Rolle. Eigentlich müsste man zugestehen, dass die Verhältnisse nicht demokratisch sind. Da hilft der Wippschaukel-Effekt aus der Patsche. Im Vergleich zu den sogenannten Autokraten, im Vergleich zum türkischen Präsidenten Erdogan beispielsweise, erscheinen die bei uns handelnden Personen als Demokraten und unser System als demokratisch. Die Wippschaukel sorgt dafür, dass wir dann als Demokraten und ohnehin als die Guten gelten. Ende des Auszuges aus meinem Buch. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Für's zelden Die EBOB Für's zelden Eine Woche Möge